Hallo und herzlich willkommen. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie beim Online-Broker F-Trade ein kostenloses Depot eröffnen können und wie Sie dort auf der Handelsplattform die ersten Trades vornehmen können. Dazu starten wir hier auf der Seite von deutschfxbroker.de. Hier finden Sie bereits umfangreiche Informationen zu F-Trade. Sie können sich hier auf der Seite zunächst mal umschauen. Dann können Sie mit einem Klick auf diesen Button hier direkt auf die Plattform von F-Trade gelangen. Es lädt sich dann ein neues Fenster und Sie sind sofort auf der Startseite von F-Trade. Die Seite ist aktuell leider noch nicht in Deutsch verfügbar, daher müssen Sie hier zunächst mit dem Englischen Vorlieb nehmen. Sie können aber ganz einfach auch hier schon ein Konto eröffnen und der Kontoeinrichtungsprozess ist wirklich sehr einfach gestaltet. Das zeigen wir Ihnen jetzt auch nochmal, sodass Sie da auf jeden Fall auch im Englischen mit klarkommen sollten. Hier rechts können Sie gleich die Schnellmaske sehen, mit der Sie ein Konto eröffnen können. Dazu müssen Sie einfach Ihren Namen eingeben, eine E-Mail-Adresse und dann noch eine Telefonnummer. Und dann klicken Sie hier auf den Button Open Account und dann gelangen Sie auch schon zum nächsten Schritt im Registrierungsprozess. Und hier im nächsten Schritt können Sie dann noch ein selbstgewähltes Passwort auswählen. Das müssen Sie hier nochmal bestätigen. Und dann können Sie hier auch noch die Währung auswählen, in der Sie handeln möchten. Dabei können Sie wählen zwischen Euro, US-Dollar und britischem Pfund. Das ist besonders wichtig, dass Sie hier nochmal gut überlegen, welche Währung Sie dann hier einsetzen möchten, weil Sie das im weiteren Verlauf dann nicht mehr ändern können und wirklich nur einmal bei der Kontoerstellung einstellen können. Dann akzeptieren Sie hier noch die Terms bzw. die AGB der Plattform von F-Trade. Dann geben Sie hier noch diesen Capture-Code ein und dann können Sie mit einem Klick auf Submit dann zum nächsten Schritt schon gelangen, wo Sie dann Ihr Konto auch aufladen können. So und jetzt können Sie diesen Schritt, wo Sie Ihr Konto aufladen können, auch erst nochmal auswählen, welche Art von Konto Sie eröffnen möchten. Dazu stellt Ihnen F-Trade fünf verschiedene Konto-Kategorien zur Verfügung. Sie können auswählen zwischen dem Mini-Konto, dem Basic-Konto, dem Standard-Konto, dem Executive-Konto oder dem Corporate-Konto. Diese unterscheiden sich hauptsächlich in dem Einzahlungsbetrag, den Sie zu Beginn bei der Kontoerstellung einlegen. Bei dem Mini-Konto können Sie einen Betrag von 200 Dollar einzahlen als Mindesteinzahlungsgebühr und bei dem Corporate-Konto bekommen Sie dieses ab einem Einzahlungsbetrag von 10.000 Dollar zur Verfügung gestellt. Und nachdem Sie sich jetzt für einen Kontotyp entschieden haben, können Sie auch gleich anfangen, hier auf der Plattform von F-Trade zu handeln. Dazu können wir uns jetzt mal die interaktive Handelsplattform von F-Trade anschauen. Diese finden Sie hier oben unter dem Menü-Button Trade Now. Ja und hier sind Sie bereits in der webbasierten Trading-Plattform von F-Trade. Hier können Sie auswählen, welche Art von Optionen Sie handeln möchten. Sie haben dabei die Wahl zwischen binären Optionen, Paaren, Long-Term, 60-Seconds, One-Touch oder Leather-Optionen oder aber auch noch Forex- und CFD-Optionen. Sie können also auswählen hier, welche Art von Optionen Sie wählen möchten und dann haben Sie hier noch die Möglichkeit, einen Basiswert auszuwählen. Dabei können Sie wählen zwischen verschiedenen Währungen oder Rohstoffe. Indizes sind auch dabei. Sie können aber auch auf Aktien setzen, wenn Sie lieber Aktien in Ihren Optionen mit einbeziehen möchten. Falls Sie jetzt zum Beispiel einen Trade auf das Währungspaar Euro-US-Dollar ausführen möchten, finden Sie hier dann gleich die Möglichkeit, in diesem Dropdown-Menü einen anderen Basiswert auszuwählen. Und zum Beispiel auch Bitcoin steht Ihnen zur Verfügung. Euro-US-Dollar ist hier eben auch zu finden. Dann wählen Sie diesen aus. Dann können Sie hier noch die Ablaufzeit Ihrer Option auswählen. Diese können Sie auch hier in diesem Menü steuern. Da können Sie auch auswählen, ob Sie eventuell zwei Tage, drei Tage, vier Tage oder auch sieben Tage als Optionslaufzeit haben möchten. Und dann haben Sie hier rechts noch die Möglichkeit, Ihren Einsatzbetrag zu wählen. Hier in diesem Fall 25 Euro. Dies ist jetzt eine Long-Term-Option, die wir hier wählen. Das heißt, eine Laufzeit von vier Tagen haben wir hier und hier haben wir einen potenziellen Payout von 43,80 Euro bei einem Einsatz von 25 Euro. Das entspricht dann einem Payout von 75 Prozent. Das ist also hier Ihre Rendite. Die können Sie auch immer hier sehr übersichtlich erkennen. F-Trade gibt diese hier sehr schön an, sodass Sie auch immer den Überblick haben, was Sie hier für eine Renditechance haben, wenn Sie diese Option denn setzen. Ja, und um jetzt mal einen Trade auszuführen, können Sie dann auswählen hier, ob Sie einen Call- oder eine Put-Option auslösen möchten. Das heißt also, ob Sie entweder denken, dass der Kurs höher schließen wird oder niedriger als der aktuelle Kurs in vier Tagen, wenn die Option ausläuft. Wir entscheiden jetzt mal hier für höher, also die Call-Option. Und dann klicken Sie hier einfach auf Call und dann öffnet sich hier gleich noch dieses Formular hier, wo Sie nochmal übersichtlich erkennen können, was Sie jetzt bei dieser Option wirklich einsetzen. Also die Auslaufzeit der Option, Ihren Einsatz hier und auch Ihren potenziellen Gewinn hier. Und dann können Sie mit einem Klick auf Apply dann auch die Option dann endgültig setzen und dann auch den Trade tätigen. Ja, wir hoffen, Sie haben einen guten Einblick in die Möglichkeiten bei F-Trade erhalten. Wie gesagt, F-Trade ist eine sehr übersichtliche Handelsplattform hier für den Handel mit binären Optionen und weiteren Optionen, sodass Sie hier sowohl als Einsteiger als auch erfahrener Trader alle Möglichkeiten haben, um mit dem Handel von binären Optionen erfolgreich zu sein. Wenn Sie jetzt auch gleich ein Konto bei F-Trade eröffnen möchten, dann klicken Sie doch einfach auf den folgenden Link. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Erfolg beim Traden. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Erfolg beim Traden.